Liebes zukünftiges Ich Mama erlaubt mir gar nicht. Wenn ich groß bin, will ich alles machen, was ich nicht machen darf. Und nicht immer, was Mama sagt. Ich ziehe nur meine Lieblingsklamotten an und nicht immer die doofen, gestrickten Sachen von Oma. Ich kaufe dann alles, was ich will und kletter auf dem allerhöchsten Baum, weil man da alles viel besser sehen kann. Keiner sagt mir dann, wann und wo ich hin muss und ich kann draußen spielen, solange ich will. Ich esse dann die allerbesten Sachen, die es gibt. Voll viel Cola, Gummibärchen, Chips und ganz viel Schokolade. Und esse dann alles auf. Nie wieder ekligen Brokkoli, Spinat oder Blumenkohl essen. Und nie, 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 nie Sauerkraut. Ich gucke dann alle Filme, die es gibt. Vor allem die Horrorfilme. Die machen mir gar keine Angst. Und schlafen gehe ich dann auch erst, wann ich will. Sowieso ist dann alles viel besser. Weil ich dann nur noch Sachen mache, die mir Spaß machen. Einfach mal machen, was ich will. Das ist mein größter Traum. Wenn du das liest, musst du dein Versprechen halten. Denn wenn ich das alles machen darf, wird das der allerbeste Tag in meinem Leben.